Sekiro bekommt mit einem neuen kostenlosen Update diverse neue Inhalte, ein magisches Update für The Last of Us macht fast die PS5 überflüssig und es gibt große technische Probleme bei der Fertigstellung vom Blade Runner Remaster. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das und mehr gibt's jetzt in den News. Shadows Die Twice wird nochmal mit einem großen Update erweitert. Das ist kostenlos und bringt nicht nur neue Spielmodi, sondern auch neue Skins und einige andere Features mit. Die neuen Spielmodi sind Boss-Challenge-Modi. Ihr könnt zum einen jetzt bereits besiegte Bossgegner nochmal zum Duell bitten, um euch deren Moves genauer drauf zu schaffen. Das wird auch zwingend nötig sein, denn der zweite neue Modus ist die sogenannte Gauntlet of Strength, also eine Herausforderung, wo ihr nacheinander gegen verschiedene Gegner antretet. Der Clou an der Sache ist, ihr habt nur ein Leben. Das heißt, da sollte man schon wissen, was man tut. Deshalb also vorher mit den Bossen üben, um sie danach dann einen nach dem anderen in diesem Gauntlet-Modus zu besiegen. Wenn man das schafft, dann kann man Skins freischalten, denn das ist die Neuerung dieses Updates. Man kann seinen einarmigen Wolf jetzt auch andere Klamotten anziehen, die man für verschiedene Herausforderungen freischalten kann. Außerdem kommen auch die aus anderen Souls-Spielen bekannten Geisteraufzeichnungen wieder zurück. Ihr könnt jetzt 30 Sekunden Clips aufzeichnen innerhalb des Spiels, wo also eure Bewegungen aufgezeichnet werden. Dann könnt ihr noch eine Nachricht dazu setzen und dann entweder andere Spieler helfen, dass sie geheime Schätze finden oder besonders gemeine Assassinen-Spots finden oder aber ihr lockt sie natürlich in tödliche Fallen mit einer gemeinen Nachricht. Das ganze Update soll am 29.10. erscheinen und ist außerdem Teil der Game of the Year Edition, in der ist dieses Update schon enthalten. Alle anderen, die die normale Version gekauft haben, können sie es aber einfach kostenlos runterladen. Und nochmal ein Update, diesmal aber zu Last of Us Remastered auf der PS4. Das hat das Update 1.11 bekommen und offenbar steht Entwickler Naughty Dog mit finsteren Mächten in Verbindung, denn das Update ist ein bisschen magisch. Es entfernt nämlich den Großteil aller Ladezeiten aus dem PS4-Spiel. Zum Spielstart war es früher noch eine Ladezeit von einer Minute dreißig und länger, jetzt nur noch 14 Sekunden. Auch sonst, wenn man andere Spielstände lädt oder von Checkpoints nochmal lädt, ist nur noch die Rede von 14 Sekunden Ladezeit. Früher musste man da deutlich länger warten. Wie genau diese Zauberei funktioniert, das hat Naughty Dog nicht erklärt, aber es nimmt schon ein bisschen eines der großen Versprechen vorweg, die die PlayStation 5 gegeben hat, nämlich dass dort ja die Ladezeiten massiv kürzer sind. Ist natürlich jetzt Quatsch, zu sagen, dass damit die PlayStation 5 komplett überflüssig wird, aber schön zu sehen, dass man offenbar auch auf der PS4 mit einem einfachen Update so eine Wirkung erzielen kann. Das Remaster zum Adventure-Klassiker Blade Runner hat große technische Probleme und muss deshalb verschoben werden. Das erklärt der Entwickler Nightdive Studios im Gespräch mit Eurogamer. Kern des Problems ist, dass man eigentlich gehofft hatte, in Archiven vom ehemaligen Publisher Electronic Arts den Original-Quellcode und die Original-Assets zu finden, also all die Grafiken und Audioaufnahmen, die damals bei der Entwicklung verwendet wurden, die sind bis heute aber nicht aufgetaucht. Unklar ist, ob die jemals wieder geborgen werden können. Das heißt, Nightdive Studios kann jetzt nur mit dem arbeiten, was Westwood damals final als Spiel veröffentlicht hat. Das macht Optimierungen natürlich schwierig. Nightdive Studios hatte vor einiger Zeit schon ein Vergleichsvideo veröffentlicht, in dem sie zeigen, wie das neue Intro, das sie jetzt geupscaled und auf 60 FPS erweitert haben, wie das aussieht. Das hat aber einiges an Kritik anstecken müssen, weil es durch den 60 FPS-Look nicht mehr so filmisch wirkt wie das Original. Trotzdem müssen die Entwickler also jetzt alles von Hand nachbauen. Unter anderem auch die Animationen sind ein großes Problem, weil man diese jetzt auch alle händisch nochmal neu machen muss. Es gab zwar schon Gespräche zwischen Nightdive Studios und dem Entwicklerteam der auf Scum-WM-basierenden Version, die dann später auch auf GOG.com verkauft wurde. Da ist aber ein rechtliches Problem, was die Zusammenarbeit verhindert, denn diese Scum-WM-Version basiert auf Open Source und das funktioniert aus rechtlichen Gründen dann wieder nicht, dieses Spiel dann in geschlossene Systeme wie von Nintendo, Sony oder Microsoft zu verkaufen, denn das Spiel soll ja neben PC auch auf Xbox, Playstation und Nintendo Switch erscheinen. Wann es jetzt erscheint, das weiß Nightdive Studios selbst noch nicht. Man hat es jetzt erstmal grob auf 2021 verschoben. Das Team von Xbox macht aus dem Spaß um die Größe der Konsole Series X ernst, denn jetzt hat man tatsächlich einen riesigen Series X Kühlschrank an zwei Promis in den USA ausgeliefert. Zum einen der Rapper Snoop Dogg zum anderen die YouTuberin iJustine. Beide haben einen riesigen Series X Kühlschrank bekommen, der von außen aussieht wie die neue Konsole inklusive aller Tasten und auch der Anschlüsse hinten. Wenn man den aufmacht, dann kommt es einem nicht nur kalt, sondern auch mit Klang entgegen. Man hört tatsächlich also den Startup-Sound der Xbox Series X. Bevor ihr Superfans euch jetzt fragt, wo man das Ding kaufen kann, das kann man erstmal nicht kaufen. Das ist quasi für diesen Marketing-Stunt extra für die beiden hergestellt worden. Es soll aber ein drittes Modell noch geben, das über den offiziellen Xbox-Twitter-Account in den nächsten Tagen verlost werden soll. Apex Legends kommt nach Origin auch auf Steam und alle, die die Origin-Version schon gespielt haben, für die sind das gute Nachrichten, denn ihr behaltet dann all eure Freischaltungen und all euren Fortschritt. Alles was ihr dafür tun müsst, ist euch dann eben auf Steam wieder einloggen in diese neue Version. Die startet am 4. November zum Start der Season 7. Wer das übrigens tut, der bekommt spezielle Waffen-Ornamente bzw. Waffen-Thalismänner, die basieren dann auf Designs von Half-Life und Portal. Schlechte Nachrichten gibt's allerdings für die Nintendo Switch-Version, die hätte ja eigentlich auch irgendwann noch dieses Jahr erscheinen sollen, wurde jetzt aber erstmal wegen technischer Probleme und mehr Zeit, die man braucht um diese zu lösen, auf irgendwann 2021 verschoben. Gears 5 bekommt für Xbox Series S und X diverse Verbesserungen, allen voran auf beiden neuen Konsolen läuft der Versus-Multiplayer mit 120 FPS. Das Ganze wird ein kostenloses Upgrade, das heißt alle, die es jetzt schon auf der Xbox One gekauft haben, bekommen diese Verbesserungen dann kostenlos. Es gibt aber nicht nur diesen 120 FPS Fix, sondern auch einige andere Features. Unter anderem kann man jetzt in der Kampagne die Skins der Hauptcharaktere JD, Kate und Dell austauschen mit allen, die man auch im Multiplayer-Modus freigeschaltet hat. Und dann gibt es noch einen ganz besonderen Skin, den man jetzt an- oder ausschalten kann, nämlich man kann Marcus Fenix neu besetzen. Tatsächlich kann man Marcus in der Kampagne nämlich jetzt mit Schauspieler und Ex-Wrestler Dave Bautista austauschen. Da war ja mal eine Zeit lang im Gespräch, dass der Marcus Fenix in einem möglichen Gears of War-Kino-Film spielen soll. Bis heute ist daraus nichts geworden. Jetzt hat das Team ihm aber wenigstens die Chance gegeben, dass er als Marcus die ganze Gears 5-Kampagne mitmacht. Und das ist also nicht nur das Aussehen von Dave Bautista, er hat tatsächlich auch alle Voice-Lines neu eingesprochen. Außerdem gibt es mit diesem kostenlosen Upgrade zwei neue Schwierigkeitsgrade. Einmal den Modus Inconceivable und einen Ironman-Modus, wo ihr dann, wenn ihr das erste Mal drauf geht, wieder ganz von vorne anfangen müsst. Das Upgrade erscheint kostenlos am 10. November. Und das war's schon wieder mit den News am Montag. Danke, dass ihr dazu eingeschaltet habt. Abonniert gerne diesen Kanal mit dem Abo-Button und der Glocke und guckt natürlich auch unsere anderen Videos, wie zum Beispiel unsere Preview zu Kerbal Space Program 2 von Jonas oder die Trailer-Rotation mit den besten Videos der letzten Woche von Fritz. Die News gibt's wieder morgen. Bis dahin, weiterspielen!